Hey, was ist passiert? Ich bring mich ins Wüstenkrankenhaus! Was? Ich heil dich lieber! Ja! Oh, Riesenarmee! Schnell weg hier! Katztastisch, begrüßen wir euch zu Minecraft Dungeons hier auf Katze. Weiter geht's! Weiter geht's. Wohin werden wir reisen? Schauen wir mal, was hältst du vom Wüstentempel? Oh, heiße Zeiten in den kalten Zeiten. Tief in diesen Hallen erwartet dich ein mächtiger Nekromant. Er ist der vergessene Herrscher eines namenlosen Königreichs. Der Nekromant besitzt einen verzauberten Stab, mit dem er es vermag, Untote zu beschwören. Er muss zerstört werden, bevor der Erz-Eligar ihn in seine kleinen bösen Finger bekommt. Denn das wäre sicherlich unser aller Untergang. Ah ja, verstehe, okay. Es geht also darum, dass wir den Zauberstab zerstören, damit der böse Erz-Eligar diesen nicht bekommt, um Untote zu beschwören. Ob wir das schaffen? Tja, das steht noch in den Sternen. Oh, guck mal, da ist der erste Gegner. Ui, da war der erste Gegner. Ja, und jetzt geht direkt die Post ab. Ich komme! Ich komme, um zu helfen. Übrigens, jetzt seht ihr auch, wir sind wieder neu gekleidet. Ich sehe aus wie ein Ritter mit einer richtig dicken Rüstung. Sieht aus wie Harry Potter. Und ich sehe aus wie ein Wolfsmädchen. Harry Potter sieht ganz anders aus. Boah, die Spinne! Mach ihn platt, mach ihn platt. Ja, den Kollegen auch noch. Sehr gut. So. Boah, wo gehst du hin? Na, ich dachte, wir müssen da hoch. Okay, dann komme ich mal mit. Ich glaube, wir müssen hier runter. Gut. Komm mit, mein Wolf-Freund. Ja, das ist jetzt mein neuer Freund. Haben wir drei Tiere? Ja, ich habe doch jetzt mein Fleisch. Weißt du noch, mit dem Fleisch kann ich jetzt Tiere rufen. Ja. Und der beißt jetzt die Gegner. Guck mal, wie cool. Oh, da liegen Pfeile. Los, mein Wolf. Geh und friss sie auf. Hoffentlich macht er das auch. Vereinbar. Wow. Wieder so ein komischer Wüstenzauberer. Boah, jetzt hast du dein Schussschild eingesetzt. Und ich bin nicht mehr durchgekommen mit meinem verseuchten Leuchtfeuer. Ah ja, stimmt. Das hast du auch noch im Gepäck. Richtig. Genau das richtige Werkzeug hier. So, weg da. So, hey, hey, stehen geblieben. Hey, stehen geblieben. Boah, hast du die Blitze gesehen? Ja, kurz, aber ich war eher damit beschäftigt, dem einen hinterherzulaufen. Ich bin ein bisschen, also irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben die Orientierung verloren. Ne, ne, ich habe eher die Befürchtung, dass wir viel zu viele Gegner hier drin haben in dem Dungeon. Ja, guck mal, dein Hund ist durchbrot mit Pfeilen. Stimmt. Oh nein, aber guck mal, der ist noch fit. Ja, ja, der hat irgendwelche magischen Kräfte. Ja, der ist fit. Und guck mal, die Pfeile, die verschwinden mit der Zeit wieder. Ja, hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch. Der sieht nicht gerade gesund aus. Und nicht gerade glücklich vor allem. Guck mal, wir sind irgendwie falsch gelaufen. Ja, sag ich doch. Da unten ist das gelbe, die gelbe Raute. So, stehen geblieben. Zack. Ist das eine Raute? Ist das für mich eher so ein... Ja, Sechseck. Ja, okay. Ich meine ja nur. Gelbes Stopp-Shit. Eine Honigwabe. Oh Gott. Oh, oh, die haben Schilder. Ja. Und da sind drei Zauberer? Wie unfällig ist das denn? Wie willst du hier durchkommen? Kannst du dein Superfeuer einsetzen? Ich habe gerade nicht genug Seelen. Das geht leider nicht. Nein. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier ein paar Seelen sammle, indem ich Gegner zerstöre. Level Aufstieg. Perfekt. Boah, aber ich... Nein. Zauberstand eingesetzt. Ja, ja. Ich mache den einen Platz. Aber da kommen noch mehr. Wir müssen die Großen besiegen. Die Großen. Die Großen. Ich bin leider gefallen. Was? Ja. Okay, okay. Ich versuche dich zu retten. Boah, du wirst aber auch abgeschossen. Ja, ja. Aber gerade geht es nicht anders. So, bitteschön. Zack. Und weiter geht es. Mach den Zauberer Platz. Ich habe keine Seelen, sodass ich irgendwie was einsetzen kann. Ja, dann mach den mit deiner Waffe platt. Ja, ich bin leider gefallen. Oh nein, nicht schon wieder. Ich rette dich gleich. Ich muss erst mal den Zauberer besiegen. Ja, verhext den. So, besiegt. Ich komme zurück. Ich rette dich. Du bist voll stark. Ja, das liegt an meiner tollen Rüstung. Ja, und an deinem Fleisch. Ja, mein Fleisch ist aber für den Wolf gedacht. Ja, ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht gesehen, dass der uns irgendwie geholfen hat. In der Situation. Ja, gerade eben nicht. Der war gerade nicht da. Der war spazieren. Der war spazieren. Weiß ich nicht. So, jetzt Vorsicht. Zack, 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 zack. Ich habe sie alle platt da hinten. So, warum? Aha. TNT, TNT. Und für dich was? Ja, ich muss mich gerade nur in Sicherheit begeben. Was ist das? Ein Langschwert? Nein, das ist kein Langschwert. Das ist eher so eine Art Stab. Zack. So, hol dir noch deinen Stab. Geh dann nicht. Nee, brauche ich nicht. Oder doch? Ja, nimm das jetzt. Ja, Moment, jetzt. So, das ist eine Glebe. Ein Glebe. Ein Riesenschwert. Ganz einfach. Was auch immer das sein soll. Oh, Rettel. Essen. So. Jetzt du noch. Und, oh, da kommen wieder Zombies. Wüstenzombies. Ja, ich muss das noch zu Pfeile einsammeln. So. So, ein paar habe ich direkt mal besiegt. Ha. Wenn ich mal TNT wäre, wie ein Profi. Der läuft einfach mit einem Pfeil in der Brust weiter. Ja, der hat noch ein bisschen mehr Kräfte. Da ist ein... Oh, oh, hast du das gesehen? Ja, wir brauchen aber einen Schlüssel. Ja. Wenn du das Urband meinst, warum ist schon wieder so viel los? Oh. Schnell, schnell, schnell weg. Ja. Ich nehme mir aus, wenn du noch einen Unsichtbarkeitsdrank und einen Saubertrank. Mach das, mach das. Au. Das sind ja Fallen. Ja, das wollte ich dir vorher eigentlich sagen. Ach so. Fallen, die aus nichts kommen. So, das ist aktiviert. Da wird wieder rüber. Oh, eine Spinne und noch ein Gegner. Mach sie alle blot. So, du bist jetzt erstmal festgeklebt. Nein, ich habe meinen Schlüssel verloren. So. Egal, wir müssen erstmal die Leute hier besiegen. Ja, erstmal hier uns den Freifahrtschein erkaufen. Ja, wir machen das. Und dann holen wir uns nochmal in Ruhe den Schlüssel. Oh, jetzt bleib doch mal entfernt hier von uns. So. Wenn ich meinen Superpilz esse, dann bin ich echt stark. Oh, mein Polarfuchs hat es erwischt. So. Komm, warte, warte. Wir gehen noch kurz den Schlüssel holen. Boom. So. Weil da ist ja schon das Tor. Ja, ich habe den einen Kollegen nur noch kurz besiegen wollen, dass wir nachher freie Bahn haben. Okay. Oh nein. Komm schnell. Ich kann jetzt nicht. Mach auf. So, jetzt komme ich. Ich komme. Wir kommen. Bleib da, dass wir ein bisschen Platz haben. Ja, wenn die mich erwischen, dann verliere ich den automatisch. Komm her und helf mir. Okay, ich komme. So, nimm das, Freunde. Irgendwie bist du immer noch stärker als ich. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich bin auf Level 27. Vielleicht deswegen. Du bist auf 24. So, die werden auch erledigt. Weiter geht's. Verliere bitte den Schlüssel dieses Mal. Nee, nee, ich habe ihn da. So. Finde das Grab. Neues Ziel. Na toll. Achtung. Fallen. Noch mehr fallen. Es hört gar nicht mehr auf. Das war aber knapp. Wo sind wir denn jetzt? Und warte. Oh, guck mal, das ist messerscharf. Warum gehst du ins Menü? Ich wollte dich kurz anders ausstatten. Was willst du denn? Na gut. Ich will auch so stark sein wie du. Ja, aber du hast doch nichts Neues. Soll ich die Deutschen nehmen? Doch. Ja, dann hin. Oh nee, die waren eigentlich schlechter. Ja, aber wir waren, glaube ich, noch wie im Menü für die Katzen-Community. Von daher ist es vielleicht mal interessant, dass ihr auch diese Seite seht. Ja. Wie wir uns ja immer ausrüsten können. So, vielleicht kann ich jetzt ein bisschen schneller. Ja, warte mal ganz kurz. Die Waffen einsetzen. Ja, such nochmal ganz in Ruhe, was du jetzt brauchst, damit wir dann weiter können und du den ganzen Kladeradatsch stehen lässt. Da ist die Klebe. Verbrennung. Ja, du, man kann auch die ganzen Sachen verbessern. Ja. Verzauberungskosten, du könntest noch acht, also acht Punkte hast du noch, wie du oben sehen kannst. Äh, vandaliert, okay. Ja. Da schwäche ich den Gegner. Echo, finde ich. Ja. Ja gut, weitere Angriffe ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Okay. Dann bin ich einfach schneller. Gut, dann komm jetzt bitte mit. Oh, Messer. Auf Messer schneiden. Uh. Warum? Hat sich doch nicht erwischt, oder? Nein, 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 nein. Aber fast. So. Dein Hund ist bald abgebogen. Ja, der wollte wieder woanders hin. Dü, 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 dü. Das namenlose König. Achso, ich dachte, ja, da steht das namenlose Königreich. Ich dachte, jetzt kommt irgendein großer Endboss. Nein, wir müssen immer noch das... Enderman, da ist er wieder. Und da war ein Schwein. Ach, lieber Enderman platt. Ja. Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der? Enderman, da ist er. Platt machen, platt machen. Boah, die sind aber stark. Wir haben hier schon mehr als ein Viertel abgezogen. Weg, geh, weg. So, nochmal. Verteidigung erhöht, sehr gut. Der hat mich aber ganz schön erwischt. Wir machen ihn platt. Boom, boom. Der hat doch gar keine Chance gegen uns. Gleich haben wir ihn. Und geschafft. Weißt du, warum wir gewonnen haben? Weil mein Wolf uns unterstützt hat. Weil ich Dolche und Verzauberungspunkte eingesetzt habe. Oh, blöd. Oh, ein Ninja-Outfit. Ein Ninja-Outfit. Ich bin durchsichtig. Ich bin unsichtbar. Unsichtbar? Ja, ist doch das Gleiche, oder? Durchsichtig? Weiß nicht. So, hast du gesehen? Nee. Wie ich da mal ein kleines... Ach nee, das war's gut. Das war ich. Ich kämpfe da die ganze Zeit. Du verwechselst manchmal die Charaktere. So, Vorsicht. Oh, da ist ein Zauberer. Ich mach den gleich platt. Der soll bloß das Weite suchen. Kommt alle her. Oh, was passiert hier? Hey, ihr Fieslinge. Zack, zack, zack. Ja, das stimmt. Okay. Oh, die Spinne. Mein armer Wolf, der tut mir so leid. Der kann auch nicht mehr. Der Wolf? Ja. Wieso kann der nicht mehr? Na, der hat kaum Energie. Wo ist denn der überhaupt? Ich hab auch kaum Energie. Ich muss den gleich nicht. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ja, dann pass besser auf, damit dich da nichts runterschubst oder besiegt. So, da vorne ist es wieder eine ganze Molke. Oh nein. Oh, du stehst mit Hennen drin. Ja, und ich konnte aber gerade gar nichts machen. Oh, steckst du da fest? Ich weiß es nicht. Oh, abgestürzt. Ich bin deshalb. Ja. So, jetzt. Warte, ich komm gleich wieder zu dir. Ich trau mich gar nicht auf die andere Seite. Oh, du steckst da mit in den Westen. Wie machst du das denn? Oh, Mann, oh Mann. Na gut. Auf geht's. Ja, und ich hab fast keine Energie. Ich muss gerade wieder ein bisschen eher in den Verteidigungsmodus gehen. Ja, ich geh in den Angriff über. Auf sie mit Gebrüll. Ich hasse erstmal den Apfel. Der gibt mir ein bisschen Energie. Hm, das bin gut. Uh, da war ein Messer. Uh, 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 wieder ein Messer. Oh nein, da sind wieder Zombies. Uh, und wieder Messers. Die Zombies machen einen richtig Angst für mich. Findest du mich auch? Nee, mir machen eher die Zauberer Angst. Oh, fast die Nase abgeschnitten. Die Nase abgeschnitten. Ja. Mit deinem Wolfsoutfit. Uh. Komm, wir müssen weiter. Nicht so trödeln. Ich trödle nicht. Ich bin vorsichtig. Okay, komm. Hier ist keine Falle. Komm jetzt rüber. Okay. Da war eine Falle. Ja, aber erst nachdem du vorbeigelaufen bist. Ja, und? Hier gibt es nichts. Was lockst du mich da rüber? Das, ich wusste ja auch nicht, dass da nichts ist. Ah, wir müssen immer noch das Rad finden. Oh, 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 mich hat es doch voll erwischt. Ja. Du hast jetzt auch keine Nase mehr. Nee, meine Zähennägel wurden abgeschnitten. Ah, dein Bart wurde rasiert. Mein Bart wurde rasiert. Okay. Okay. So. Dann. Mein Wolf ist so tapfer. Dein Wolf ist einfach Feuer voraus. Ja, guck mal, wo läuft denn der hin? Der will irgendwie weiter. Ja, ich bin übrigens da. Ja, heil dich und komm jetzt endlich. Ja, ich komm ja schon. Mann, Mann, Mann. Also, wenn du keine Energie mehr hast, kannst du auch ein Kriegscamp. Du trödelst so wie im Klamottenladen. Das stimmt gar nicht. Ich trödel dich im Klamottenladen. Du schaust dich da um und hier um und ach ja, oben gab es ja noch was. Nein, ich muss einfach nur ein bisschen Energie sammeln. Shoppen verleiht Energie. Ah ja, okay, verstehe. So, ihr Fieslinge. Gesiegt. Du, 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 ich bin einfach vorbeigelaufen. Du hast das schon für mich erledigt. Tja, ich bin auch ein echter Ritter. Du bist eher Harry Potter. Ja, ich weiß auch nicht, was wir hier eigentlich suchen. Sind wir hier überhaupt richtig? Wo ist denn unser Sechseck? Nein, nein, eigentlich müssen wir... Du musst nach rechts. Ja, nach rechts laufen. Ja, aber von dort kommen wir doch. Oh, hier ist auch eine Sackgasse. Okay, wie es aussieht, müssen wir doch zurück. Dupi Dup. Na gut. Dann nehmen wir das mal in Angriff und gucken mal, wohin der Weg uns führt. Wups. Ich bin runtergesprungen, hast du gesehen? Du bist auch mutig. Ja. Hä, aber wo müssen wir hin? Wir sind so richtig verloren. Ja. So, verloren in der weiten Welt der Wüste. Wir sind verloren. Bitte rettet uns. Komm mit, mein Wolf. Gemeinsam werden wir das schaffen. Achtung. Mein Polarfuchs fehlt. Au. Ja, wo ist mein Huhn? Sag mir lieber mal, wo mein Huhn ist. Ey, einmal von der Falle getroffen hast du schon kaum Energie mehr. Hühnchen, wo bist du? Haben wir die irgendwie versehen? Ja, irgendwie schon, ne? Aber mein Wolf, der wird uns unterstützen. Keine, wow. Keine Sorge. Komm mit, Wolf. Hier rüber. Ja, vor allem. Oh, der wurde zerquetscht. Ja, der nimmt aber gefühlt nie Schaden. Doch, der hat den Energieballon. Oh, nee. Aber eine richtig doofe Stelle hier. Oh, dein Wolf ist auch, dein Wolf ist umgefallen. Oh, nein. Tut mir leid, Wolf. Ich kann ihn gleich wieder rufen. Ich muss nur warten, bis mein Fleisch wieder zur Verfügung steht. So, jetzt aber. Keine Gegner sonst? Irgendwie fehlt Anna, wir müssen nach links. Oh, was ist jetzt los? Der Erz-Illager. Der Erz-Illager, ja. Hallo. So spricht er. Überlebe den Hinterhalt. Ich werde euch stoppen. Oh, was geht hier? Ja, schieß sie ab mit deinem Strahl und attackiere sie. Ja, das kann ich nicht, solange das Schutzschild da ist. Was für ein Schutzschild? Wir schlagen gerade mit deinem Schutzschild. Ja, dann geh da raus und schieß auf die. Ja, wenn es mein Energielevel zulässt. Dann schieß nicht und greif sie mit deinen Dolchen an. Nein, mit meinen Feiern. Immer eine Ausrede. Oh. Was ist jetzt hier los? Kicke die Post ab. So, weg mit euch. So, 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 schnell, 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 schnell. Mein Superpill. So, Levelausstieg. Verzauberungspunkte für dich. Alter, das sieht nicht gut aus. Ich brauche Hilfe. Bitte rette mich gleich. Ja, ich versuche, äh. Wenn der Zauberer besiegt. Du stehst übrigens auf der Falle. Ich habe einen Apfel gefunden. Boah, wo ist denn hier noch so Zauberer? Nein, 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 nein. Da, da oben. Ich bin abgestürzt. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Boah, da ist der Endgegner. Nein, ich bin gefallen. Oh Mann, wo bist du? Rette mich. Ja, ich, äh, äh. Bitte. Ja, das ist gerade ein bisschen schwierig. Wir sind ein bisschen arzt wie los, ehrlich gesagt. Rette mich. Ja, guck mal die Mäuse an, mit der ich gefährdet werden muss, bevor ich zu dir durchruhen kann. Rette mich. Schreibe, ich rette mich. Sag mir, in der Strategie ich das schaffen soll. Alles in Gewalt. Heul nicht rum. Okay, du hast recht. Heul bringt nichts. Wir kämpfen weiter. Wir geben nicht auf. So, böser, fieser Zauberer. Weg, 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 weg. Alle weg. Lass mich alle entfrieden. Erreiche das Grab. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das muss das Grab des Pharaos sein. Vor allem nicht das Grab des Pharaos, oder? Doch, oder? Der hat doch den Zauberstock. Also ehrlich gesagt... Oh, ich bin gefallen. Ich bin runtergefallen. Ähm, ehrlich gesagt war gerade, finde das Grab und jetzt erreiche das Grab. Es kann nicht mehr weit, äh, sein. Okay. In dem Fall... Brot noch festspornen. Lecker schmecker. So. So, jetzt auf geht's. Wow. Gleich kommt bestimmt der große Endboss. Da, wow. Wir müssen hoch, wir müssen hoch. Endboss! Er ist zurück! Komm, Wolfi, ich weiß ihn. Der ist gar nicht so stark. Die Stärke B wäre ein bisschen schwächer, bis Endboss. Guck, der hat schon verloren. Ja. Oh, so ein Baby. Komm, wir müssen weiter. Boah, dein armer Wolf. Ja, wenn... Der... Ich kann den nicht steuern. Der ist selbst schuld, wenn er da reinläuft. Boah, mir hat's die Füße wieder abrasiert. Komm mit schnell, da ist wieder eine Falle. Achtung, warte auf mich. Okay, bereit? Eins, zwei... Oh. Eins, zwei... Du läufst, der ist schon. So. Nehmt unsere Pfeile. Nehmt sie. Und lasst uns in Ruhe. Perfekt. Was ist das, was da am Boden liegt? Ja, sehr gut. Ja. Wie, was auf dem Boden liegt? Ich dachte, das wäre vielleicht das Grab, der Altar, der hier steht. Hanoi, das ist das Nette. Sagst du? Ja, ich denke schon. Dein Hund läuft einfach wieder weg. Ja, das ist mein Wolf, ja. Und außerdem kennt mein Wolf den Weg, deswegen vertraue ich ihm. Komm mit, Wolfi. Du läufst jetzt dran. Der Wolf braucht noch einen Namen. Schreib doch mal in die Kommentare, wie mein Wolf heißen soll. So, dein Wolf ist gefallen. Ja, der... Ich wecke... Er wecke ihn gleich wieder. Ja, bitte. Der muss uns helfen. Ja, ich seh nicht mal, wo ich bin. Boah, lass mich doch alle entliegen hier. So. Werd hier grad ganz schön bearbeitet. Ja, aber ich mach wenigstens den Zauberer Platz. Übrigens, da ist noch ein Schwert für dich. Ja, ich muss mir erst mal ein paar Gegner entledigen. Okay. So, jetzt haben wir das Schwert noch ein. Ein Seelenmesser. Wow. Spinennen. Schüttelt. Jetzt können sie nicht mehr auf uns spucken. So. Oh, noch so ein paar Skelettmenschen. Hansel-Pansels. Hansel-Pansel. Skelett-Hannes. Der was? Gerät-Hannes? Skelett-Hannes. Ah, der Skelett-Hannes. Ein paar Skelett-Hannes. Achtung, Skelett-Hannes. So. Mach ihm ein Blatt. Oder ein Skelett-Joe. Vielleicht auch das. Oh, Mann. Dein Hund ist schon wieder. Komm mit, Hund. Eigentlich könnte man hinter jedem Begriff seinen eigenen Namen setzen. Statt Skelett-Hannes könnte ich auch sagen Skelett-Thomas. Ja. Guck mal, ein Skelett-Thomas läuft da rum. Ja. Das können die jetzt auch alle mal zu Hause machen. Skelett-Joe. Zum Beispiel. Skelett-Peter. So. Hier runter. Skelett-Manfred. Achtung, da ist der Skelett-Manfred. Wow. Was ist denn hier los? Mumien-Kathrin-Bond. Ja. Mach Mumien-Kathrin kaputt. Ja. Mumien-Kathrin und... Ich stecke fest. Ich komme hier aus. Heile. Ja, und ich kann kein Schutzschild einsetzen. Hilfe. Spinnensina ist auch unterwegs. Spinnensina? Ja. Nein. Die müssen wir auch noch platt machen. Ja. Hier ist schon wieder ganz viel los. Wo ist das? Spinnen-Kechele. Na, warte. Wo ist das Grab? Keine Ahnung. Wo ist das Grab? Wo läufst du hin? Gehst du baden? Ja, ich muss nicht mal baden. Ich habe so geschwitzt im Kampf. Ja. Ich muss nicht mal baden. Ich habe geschwitzt im Kampf. Ja. Du darfst mich nicht immer alleine lassen. Nee, aber du läufst halt einfach vorne raus, ohne mich mitzunehmen. Ich kämpfe gerade im Gegensatz zu dir. Du gehst baden. Ja. Regeneration ist auch wichtig. Du hattest noch genug Energie. Damit ich wieder voll zu Kräften komme. Na gut. Ey, lass mich entriegen. So. Du bist besiegt. Du auch. Du bist auch gleich weg. Und tschüss. Wir sind genauso verloren wie vorhin. Wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, wir müssen einfach da dem Weg folgen. Einfach. Ja, wirklich. Da sind noch ein paar. So. Mach dir platt. Trinken. Schlürfen. Nochmal einer. Und da unten läuft einer noch rum. Nochmal ein. Hey. Okay, besiegt. Dann hole dir den Stab. Oh, oh. Bedeutet das etwa jetzt, dass der Endboss kommt? Der Erzillager kommt. Nee, der Endboss. Nicht der Erzillager. Der darf doch den Stab nicht holen. Aber der Erzillager ruft den Endboss doch immer. Echt jetzt? Dachte ich. Guck mal, da ist er, da ist er, da ist er. Soll ich ihn erwecken? Ja. Bist du bereit? Ja. Ich bin es noch nicht. Ich bin bereit. Okay. Los geht's. Okay. Eins. Zwei. Und. Drei. Mach ich. Ich trau mich nicht. Ich hab Angst. Oh, du bist so ne... Achtung, Achtung. Jetzt geht's los. Geht's los? Irgendwie passiert nichts. Geht nichts los. Tuck, tuck, tuck. Wow. Guck mal, wie viel Energie der hat. Geht hier, ja. Acht, acht. Oh, iss mal ein Apfelessen. Ey, lass mich an den Apfel. Na, warte. Ich kaufe ich mir. Das ist Leuchttreuer. Hau alles raus. Alles, was du drauffassst. Oh, du bist gefallen. Ich bin kaum Energie abgezogen. Ja, und ich bin aufgefallen. Oh, Mann. Das wird jetzt hart. Das wird ein starker Kampf. Bist du bereit? Ja. Auf geht's. Auf sieh mit dem Brügel. Ah, ich dachte, schlafen schon. Achtung, du kannst nicht rausschießen. Nicht vergessen. Ja. Aber er kann es auch nicht anschießen. Oh, ich bin gefallen. Egal, ich schaff das schon. Mit Pfeil und Bogen. Guck mal, der macht was. Oh, oh, okay. So viel zum Thema. Er macht nichts. Wir machen was. Oh, hallo. Oh, wie viel. Was ist hier los? Wie sollen wir das schaffen? Der Namenlose. Warte, ich rette dich. Danke. Warte, Schutz wird jetzt praktisch zum Retten. Oh. Ja, aber du musst aufpassen. Oh, ich war festgenagelt. So, warte mal. Du musst ihn weglocken. Ich attackiere ihn. Lass mich doch alles. Infrieden, ey. Lock ihn weg. Genau, genau. Achtung. Wow, wow, wow. Guck mal, der dreht sich. Der weiß selbst nicht, was er tun soll. Ich bin gleich schon wieder ohne Energie. Okay, rette dich. Rette dich. Ja. Heil dich, wenn du kannst. Oh, nein. Das geht ja immer so weit. Warum ist denn der so stark? Autsch. Geh weg. So. Schnell heilen. Heilen, heilen, heilen. Nein, nein, nein. So. Oh. Gleich wieder die ganze Armee, ey. Mach sie flach. Das geht's nicht. Wir müssen den Großen besiegen. Der ruft sie nämlich immer. Ja, ich weiß. Ich muss mich jetzt am Irrsten bewehren hier gegen die ganze Armee. Ich hab kaum Energie. Ja, deine Energie trinken. Was? Du kannst doch trinken. Ja, aber ich will das im letzten Moment nutzen. So, guck. Ha. Der Hund hat auch genug und kommt zu uns in den Schuss. Oh. Wie viele. Was passiert hier? Ich bin schon wieder gefallen. Oh, ich kann nicht. Okay, ich versuch sie zu retten. Wieder beleben, wieder beleben, wieder beleben. Schnell. Mache ich ihm Platz? So. Ich bin jetzt meine Nahkampf. So, naja. Ich mach das jetzt auch. Sie sind zu stark für mich. Oh. Ich muss raubauen. Ich hab auch fast Energie. Kaum Energie. Wer ist der echte? Ich muss den mit Pfeil und Bogen bearbeiten. Bist du da hinten? Ja, ich kann jetzt gar nicht kommen. Ich hab kaum Energie. Ich weiß. So. Wow. Der hat mich fast erwischt. Mal weg, weg. Wolfi, du musst mir helfen. Nein. Gut. Das war ganz schön knapp gerade. Jetzt heilt doch endlich. Oh, was kommt hier nicht? Oh, jetzt. Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir trinken. Huh. So. Wir dürfen nur nicht Game Over gehen. Ey, geh doch weg hier. Komm. Wir schaffen das jetzt. So. Ich kümmere mich mal um die Kollegen hier. Out, out, out. So. Boom, 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 boom. Genau, du schieß weiter. Ich lenke ihn ab, okay? Boom, 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 boom. Schieß weiter, schieß weiter. Das ist eine gute Taktik. Ja. So, ich schieße mit. Mal gucken, wie viele Pfeile ich noch habe. Jetzt. Endlich Schaden. Endlich Schaden. Oh, da kommt ein kleines bisschen. Oh, was passiert hier? Wow. Rette mich. Ich komme, ich komme, ich komme. Warte, warte, warte. Erstmal wegrennen. Erstmal wegrennen, genau. Ich hoffe, dass du dich selber heilen kannst. So. Was ist das für einer? Okay, schnell heilen. Au, au, au. Au, au. Nein. Letzte Chance. Letzte Chance. Aber wir haben ihn fast. Alles oder nichts. Werden wir es schaffen oder nicht. Puh. Bist du bereit? Ja. Dann mal los. Auf in den Kampf. Wo bist du? Kollege, da bist du. Schön mit Ball und Bogen bearbeiten. Guck mal, guck mal. Wir haben ihn gleich. Los, los, schießen, schießen, schießen. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir noch aus dem Tempel entkommen. Eine Rüstung. Die ist für dich. Ah, stimmt. Okay. So. Schnell weg hier. Da ist noch ein Kollege. Der sollte uns nicht stören. So. Okay, gut. Oh, da kommen noch mehr Gegner. Ja, da oben. Oh, und schon wieder irgendwie so ein Zauberer, der pinkes Feuer legt. Also, wie es aussieht, haben wir es noch nicht ganz geschafft. Vor allem, wir haben gar keine Leben mehr, ne? Oh, nein. Also, wenn wir jetzt nicht durchkommen, dann haben wir ein riesiges Problem. Ja. Oh, ey. Überall, ich schieße eigentlich nur noch Pfeile erst mal. Ich glaube, das ist die beste Methode. Also, ich finde deine Taktik echt gut. Wow. TNT, TNT. TNT, nimm es und wirf es. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, ich stecke fest. Spinnenlitz. Wow. Oh, okay, Achtung, jetzt. Oh. Schön Schaden gemacht. Jetzt da oben sind noch ein paar. Die machen wir auch noch platt. Ist doch kein Problem für uns. Oh, aber wo ist der, der, der das Feuer gelegt hat, das Lillanet? Wow, und das Weiße hier. Ja, das war irgendein Zauberer dahinten. Ja, eben. Den müssen wir kriegen. So, weg da mit dir. Hey, nein, nein, lass mich da raus. Wow, ich habe die ganze Zeit Schaden. Zum Glück noch mal schnell geheilt. Aber ich habe nicht mehr viel Energie. Oh, ich muss hier auch durch. Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Wir sind so nah am Ziel. Oh, raus hier. So. Oh. Schnell raus hier. Gut. Lass mich alle in fliegen, bitte. Und wo geht es jetzt weiter? Na, oben ist die Wabe. Nach rechts. Okay. Mir hinterher. Ich komme. Komm, Wolfi. Wir müssen weiter. Oh, da ist das Ziel. Oh, ich wollte gerade sagen, wie viele gibt es denn hier noch? Ach ja, wieder konnten wir einmal die Pläne durchkreuzen. Wir sind gut. Ja, aber das nächste Abenteuer war es bestimmt schon. Ja, und es war nicht einfach. Aber jetzt gibt es erstmal eine Belohnung. Mal gucken, was es diesmal gibt. Und, und, und. Boom. Schuhe. Schon wieder so Stinkstiefel. Aber es war trotzdem extrem cool. Danke für das Abenteuer mit dir heute. Danke dir. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzen-Symbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt Katztastisch!